So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramse der Dicke, eine neue Infofolge zum Raid Day, der nächste Woche Samstag schon stattfindet. Diese Woche Samstag ist ja der Classic Community Day mit Quiekel. Nächste Woche Samstag ein Raid Day, zu dem gab es bis jetzt keine Infos. Jetzt wissen wir, was es ist. Axandor gibt sein Debüt. Und die Woche drauf am Samstag sind nochmal Top Raids oder Elite Raids auch genannt. Und mit Riggi Drago, also dreimal Samstag in Folge Action. Jetzt gehen wir mal hier drauf, gucken uns das an. Was ist das? Hier ist auch ein Video mit drin. Schauen wir mal kurz hier rein. Battle together right now. Ne, play now. Ach, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall fetzig, das war rockig, das war richtig brutal. Und hier steht es jetzt auch nochmal. Axandor gibt sein Pokémon Go Debüt bei einem Raid Tag. Ich mag an sich eigentlich Raid Tage. Früher haben wir Raid Touren gemacht, haben 26 Raids innerhalb der drei Stunden gemacht, sind von Ort zu Ort gefahren. Dann haben wir geguckt, wer hat die meisten Shinies, wie viele Shinies gab es hin und her. Da gab es auch in den ganzen Raids vielleicht 33 Shinies aus 26 Raids und so weiter mit mehreren Leuten, mit mehreren Accounts, mit Autos, mit Busen. Aber das ist ja leider alles nicht mehr so. Ich werde den Raid Tag, 11 bis 14 Uhr, wohl meine fünf freien Pässe dann verspielen. In der Hoffnung ein Shiny zu bekommen von Axandor und vielleicht ein gutes Axandor. Und naja, das wird halt jetzt nicht so brutal, wie man das früher kennt, aber wenigstens etwas. Und das ist bei den Raid Days ja eigentlich immer so, dass entweder ein Pokémon als Shiny eingeführt wird mit Raids oder dass ein komplett neues Pokémon kommt und auch direkt Shiny sein kann. Wir hatten ja auch Vashagvil, was wir in der Hisui-Version im Raid Day bekommen haben und auch direkt Shiny sein konnte. Oder Actylias war das ganze Ding genauso. Jetzt haben wir das Ganze hier mit Axandor. Finde ich eigentlich ganz cool, weil es ist was ganz Neues. Und dann mit Shiny-Variante, aber mega erhöhter Shiny-Rate. Zeit beim nächsten Raid Tag dabei, bei dem Axandor zum ersten Mal in Pokémon GO erscheint. Dieses Pokémon wurde ursprünglich in der Hisui-Region entdeckt. In der Pokémon-Legenden Arceus für Nintendo Switch spielt. Lest weiter, um mehr zu erfahren. Raid Tag mit Axandor. Samstag, der 6. Mai von 11 bis 14 Uhr, Ortszeit. Axandor gibt sein Pokémon GO-Debüt bei einem besonderen Raid Tag, an dem es in Raid-Kämpfen der Stufe 3 erscheint. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Ist hier auch ein Bild noch dabei. Und dann steht noch, derzeit kann Sichlor in Pokémon GO nicht zu Axandor entwickelt werden. Daher sind Raid-Kämpfe die einzige Möglichkeit, dieses Pokémon zu bekommen. Ist ja an sich eine Weiterentwicklung von Sichlor oder Xerox oder irgendwas daraus hinten. Deswegen nutzt den Raid-Tag, nutzt eure freien Pässe, die es da gibt. Sucht euch ein paar Leute. Es ist Stufe 3. Vielleicht ist er sogar Solo zu besiegen. Stufe 3 klingt jetzt nicht so viel. Ansonsten Event Boni. Axandor erscheint häufiger in Raid-Kämpfen. Normal ist an Raid-Tagen so, dass halt an jeder Arena von 11 bis 14 Uhr der sitzt. Und ihr habt 3 Stunden Zeit, ihn eben zu besiegen. Die Chance auf ein schillerndes Axandor ist erhöht. Ihr erhaltet während des Events und bis zu 2 Stunden danach bis zu 5 zusätzliche tägliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von der Arena dreht. Bis zu 5 zusätzlich heißt also 6. Dann an dem Tag, nämlich den einen, den ihr eh habt. Und 5 zusätzliche. Am Samstag, den 6. Mai von 0 Uhr bis 23.59 Uhr wird das Fan-Rate-Limit auf 10 erhöht. Und es siehst ja, okay, zu bestimmten Events und Anlässen ist diese Limitierung von 5 aufgehoben und ihr könnt 10 machen. Aber die Preise sind natürlich trotzdem die gleichen. Das heißt, die Raid-Pässe kosten trotzdem das Doppelte, wie sie es sonst gekostet haben. Und kaum jemand würde also Bock haben, 10 Fan-Rates zu machen, um an das Shiny zu kommen. Die meisten werden sicherlich versuchen, so ihre Pässe loszuwerden. Aber Mitspieler suchen, die sie einladen können. Aber jeder möchte einfach einladen, aber nicht eingeladen werden. Das ist vielleicht ein Problem. Hier habt ihr noch ein super Bill davon. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist was ganz Neues. Ich freue mich. Ich werde mit Pupsi dann also eine Tour machen, denke ich mal. Hoffe ich, wenn das dann bis dahin noch klappt. Wir werden dann 6 Raids machen. Falls noch nichts dabei ist, vielleicht noch einen 7., noch einen 8., noch einen 9. Wenn in den 6 Raids das Shiny kommt, okay. Zur Not nimmt man halt wieder 1000 Accounts mit, was ja auch verboten ist. Aber was soll man denn sonst tun? Euch wünsche ich viel Spaß. Man könnte überlegen, ob man vielleicht Raids für Zuschauer anbietet dann im Tag. Wenn man selber vielleicht eine Stunde zockt, in der eine Stunde sein Ziel erreicht hat. Heim geht und dann 2-3 Stunden Raids für Zuschauer macht. Für die Leute, die niemanden haben und eingeladen werden wollen. Aber ob das so schlau ist, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, wie ihr spielt. Ob ihr zurechtkommt, ob ihr Hilfe braucht und was ihr euch wünscht. Ansonsten würde ich sagen, war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.